Liebe Unternehmerinnen und liebe Unternehmer, der Exportpreis Bayern hat sich über die Jahre als das Markenzeichen für Bayerns Top-Mittelständler im Exportgeschäft etabliert und wird heuer bereits zum 15. Mal verliehen. Die diesjährige Wettbewerbsrunde startet allerdings in herausfordernden Zeiten. Denn neben der Corona-Pandemie hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die bayerische Wirtschaft wirklich hart getroffen. Dies gilt in ganz besonderer Weise für unsere zahlreichen international tätigen Unternehmen, die in dieser schwierigen Phase einmal mehr ihre enorme Widerstandsfähigkeit und Flexibilität unter Beweis stellen. Umso mehr verdient der bayerische Mittelstand jetzt unsere besondere Wertschätzung. Als Wirtschaftsstaatssekretär ist es mir deshalb ein ganz großes Anliegen, auch in diesem Jahr wieder Unternehmen mit dem Exportpreis Bayern auszuzeichnen, die herausragende Erfolge im Auslandsgeschäft erreicht haben. Unsere Preisträgerinnen und unsere Preisträger sollen mit ihrem Mut, ihren kreativen Ideen und ihrem Durchhaltevermögen auf internationalem Terrain Ansporn und Vorbild für den gesamten Mittelstand sein. Damit machen wir zugleich deutlich, der Außenhandel ist von entscheidender Bedeutung für den Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes Bayern. Er fördert die weiterhin positive Entwicklung der bayerischen Wirtschaft und steigert den Wohlstand im Freistaat nachhaltig. Liebe Unternehmerinnen und liebe Unternehmer, sind auch Sie erfolgreich im internationalen Geschäft tätig und haben nicht mehr als 100 Vollzeitmitarbeiter? Dann erzählen Sie uns Ihre Erfolgsgeschichte und bewerben sich für den Exportpreis Bayern 2022 bis zum 31. Juli unter www.exportpreis-bayern.de. Dafür drücke ich Ihnen schon jetzt die Daumen. Es würde mich sehr freuen, Sie als Gewinner in einer der fünf Kategorien Industrie, Handwerk, Handel, Dienstleistung und Genussland am 30. November in München auszeichnen zu dürfen. Ihnen und Ihren Unternehmen wünsche ich trotz der erheblichen Auswirkungen durch Pandemie und Krise und Krieg weiterhin alles Gute und vor allen Dingen viel, viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank.